ja er verliert er hat noch viel zu konos ok 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 was pick ich ich bin frank ich pick die sind so ok ich liebe die die sind so ok die neue lieblingschef nein nein nicht nur wegen morgens auch dieses fast das ist so oberpower wirklich lever ist das heißt nicht liebe nächste leber aber ich hätte italiener nehmen goten oder wer von denen ist ein pocket der gote oder der berber der berber ist gote äh pocket auf den fisch gehen hier nicht oder du hast so viele ja sehr gut was warum ich habe gerade gesagt ich habe gold und weg jungs ich bin fluss was kassel laug doch weiter oder willst du sterben ich will sterben bin ich aber nicht mein datum juss ready hunter juss j j j j j j in d ichungs nicht in den j Also Käse spielen mit Fast Imp auf so ner Map? Nein, nein, nein. Range ist mit Fast Imp. Ach so. Das ist ja hier ne geschlossene Karte. Ich hab ne crazy gute Map. Drehten? Drehten, Jost! Orange hat seinen Scout-Füdern genauso wie ich. Nähähähäh! Wer muss gegenseitig auf den Scout gekillt? Dafür hast du seine Schafe. Obwohl wahrscheinlich zwei Schafe auf den jetzt auch nicht so verlos machen. Näh. Also eigentlich nichts ausmachen, aber... Ey, ist gut. Ready. Ready, Hunter. Mandatum, Hunter. There's something good. Yay, Hunter. Greeting, Hunter, Hunter. Mandatum, Hunter, Hunter. Greeting. 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 Mandatum, Hunter. Ready. Yo. Yay. Correctus. Mandatum. Bullden. Yay. Gatherer. Mandatum. Ready. Ready. Kommt schon Leute. Fünf Holz. Yay. Mandatum. Bullden. Yay. Greeting. Ready. Fitch. Correct. Bullden. Yay. Sicher. Er ist ein Zeichen. Attra mertem. W семel. Tau. Uf. Tau. Mertemel. Mertemel. Guckt euch mal diese Ausfahre an. Da kommt niemand durch. Orange ist ein Will Down. Ich hab seine Barretten geniht. Nice. Daniel, hier sind übrigens noch Boas fest, wenn du die irgendwann holen willst. Ja, äh, ich mach grad Orange platt. Ja, mach das. Find ich jetzt irgendwie wichtiger als, äh... Ja, es gibt, ich werd dir nur sagen, Platz jetzt hier immer nur witz. Ich denk dann nur an diesen Golden-Bonus und so. Ah, dankeschön, das ist lieb. Ironhide, vielleicht kannst du ein paar Archer hier parken, dann kriegst du die Barretten hoch. Hmhm. Nichts stiller für den Sammeln und so hoch. Ja. 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 Ja, ich weiß, also... Kannst ruhig mal zu einem anderen gehen. Da kommt ein Tower. Ich helfe dir da oben, ja, ich komme dazu. Gut, dann gehe ich noch rüber zum nächsten. Weil es noch einen will. Mandatum. Mandatum. Correct. Bullden. 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 Ready. Könnte so einer oben gleich durch. Okay, ich bin. Ja, ich will ihn. Ready. Ja. Mandatum. Ja, ich will ihn. Fatal! Ja, ich will ihn. Ja, ich will ihn. Ach guck mal, da ist auch noch eine Mauer. Kannst du dich hier aufmachen, irgendwie? Ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Getschen, neberich! Oh, f**k! Ich hab Archer bei mir. Ich hab Archer bei mir. Das tut mir leid. Oh, f**k! Ich hab Archer bei mir. Von Gelb. Das tut mir leid, ne? Deswegen sagt er ja, dass es tut mir leid tut. Ach, wo ist jetzt alles rein? Ok, ja, gut. Jetzt hat sich jetzt ein Blut hier vorne. Ich spiel da ein Knights zu dir rüber. Alright. Na gut, der ist jetzt eh Brut hier. Also das, was bei mir da war. Aber es wäre halt trotzdem schön gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Das hat mir jetzt ein paar Minuten Kasselage-Timing geschreddet. Mandatum? Yes. Ja, ist er noch da? Nee, nee, hab ich jetzt selber gekillt. Okay. Hm... Was ist denn denn durchgekommen? Hier wahrscheinlich. Weissel, ich schütze, wo ich dejte. Ich bin. Wir sehen uns schon mal. Ich bin. 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 ...mandatum... ...yay, just! ...bulden! ...ready! ...bulden! ...kripen! ...bulden! ...mandatum! ...bulden! ...yay! ...bulden! ...kripen! ...yay! Oh, da oben sind ja Haufen Knights. Ich kann mir ja keinen Weckpin leisten. Jetzt. Du gehst doch mal runter, Mensch. Mhm. 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 Gut, jetzt habe ich alle nice daran verloren an der Scheiße, aber okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich seh schon beim Lenny oben geht's ab. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Nein, er ist weg. Ja komm, Ironhider, lass ihn in Orangen jetzt auch finishen. Das ist vielleicht lächerlich, was der noch hat. Ich bin alles bekehrt. Er ist in der Range, eine Schmiede. Lenny ist halt ein starker Spieler. Er baut ne Castle. Kannst du mir die zwei Pikes da weg machen oder schick die Archer in der Donne her? Die Camels können die Mönche nicht töten, weil sie sich gegenseitig heilen und die Camels keinen Schaden machen. Ich brauche die Barrack hier hinten, kommen die Archer hervor. Okay, ja gut, schade. Ne, passt schon, wir haben es zu spät. Ich bin alle, äh. Ja, ja, gut, 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 gut. Ja, gut, 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 gut. Ja, ich will ihn. Ja, ich will ihn. Ja, ich will ihn. Okay, komisch. Ich meine, ich habe da was gesehen. Ja, da war eben nichts. Ja, ich will ihn. 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 Na gut. Ah, ich war fast in, also, ein paar Prozent. Ich schreibe dir auch noch GGWP, dabei smurfen wir hier rum. Wir smurfen? Der Lenny smurft sowas von. Wieso? Guck dir mal deine Team Edo an. Ja, 1300 ist ne 100 Edo weniger. Als wir letztens mit Edo gespielt haben, hatten wir Gegner, die hatten 1.800, 750 im 1v1 und waren irgendwie im Team bei 1.350 oder 1.400 sowas. Die haben auch gut gesmurft. Oder die haben einfach auch... Vielleicht haben die einfach keine guten Mitspieler.